Hallo, mein Name ist Betty Amran und wir sind wieder auf dem Gollboden-Volksfest 2022. Endlich, endlich willkommen auf der Single-Couch. Mein erster Single für euch Ladies ist der Mohamed. Mohamed, woher kommst du? Aus Syrien. Aus Syrien, aber du wohnst jetzt in? In Straubing. Sehr gut, da freuen wir uns Ladies. Wieder hier ein neuer, neuer, hübscher, junger Mann für uns. Wie alt bist du denn, Mohamed? 25. 25? Und wie soll denn die Traumfrau ausschauen? Wichtig ist, ein gutes Charakter und ein gutes Herz. Ein Mischung von optimistisch und realistisch zu sein. Unter 25 Jahre alt. Und nicht dick. Nicht dick? Ganz dünn? Nein, also gut aussehen. Gut aussehend und so mittelmäßig, also eine normale Figur, oder? Ja. Genau. Und sonst soll sie blond sein oder dunkelhaarig vom Typ her? Das spielt keine Rolle. Spielt keine Rolle. Und eher eine wilde Maus oder lieber eine ruhige Leseratte? Eine ruhige Leseratte? Das spielt keine Rolle auch. Wow, Ladies, der junge Mann ist zu allem bereit, also schreibt ihm. Ich kann euch nur den Tipp geben, es fühlt sich gut an neben Ihnen, gell? Hallo!